wo soll sie haben das Ziel hat Geil was ich habe einfach die Hälfte macht ihr mal was umgehen das kostet sich sogar in der Stadt ich weiß die Regierungen liegen jetzt Sachen die Rundt haben Partie Dinger er war ein Regal also die Waffen liegen in so Schränken und so drin wo ich so ein paar Kräfte Komma zu mir kurz komm mal kurz zu mir was die Kommission wie geil das ist Korken wie mache ich das hier ich hab es gern Gegner ja wie die Jungs und so die Gäste gleich ist ich bin in Gula ich bin der erste in Gula ich bin so schlecht bei dem Game ich bin so schlecht man hört mich gar nicht in dem Game wenn ich YouTube Video mache Digga das ist der Gulag in hier du kämpfst um dein Leben wieder zu gewinnen GIGS Digga das Game ist so laut Skip to Gulag ich bin so schlecht bei den Game zu zweit achso ja ich hab vergessen Digga das ist ein bisschen zu geil aber man hat nur Pistole Digga ich hab so Angst ich hab noch nie so gespielt ja abzulegen ein was sich machten und dann ist es so dass wir traurig die Höhe als Modul und so mehr auf sich macht für YouTube ich kann ihn nicht treffen die möchten so schlecht ich meine händen sind so kalt ich kann gar nicht meinen händen so gut bewegen kann ich dich kaufen kann ich dich kaufen ja ja egal ich bin so schlecht denkst du ich nicht junge normale worte war ich eigentlich gut wegen nur wegen meinem waffen ich weiß nicht mal was ich nehmen soll weil ich weiß nicht welche waffen gut sind weißt du erstmal alle level ich weiß egal ich muss paar mal spielen ich mach einfach youtube video hoffentlich hört man mich gut bei dem video weil ich hier zum beispiel hier ist alles leise man hört fast nichts aber wenn musik kommt man hört was gar nichts junge das ist so geil nein ich bin da passiert wieder kann ich es wieder nehmen ja ich glaube das ist das mit den schränken das ist so geil ja sieht richtig nice aus junge hast du schon wiederholen stimmt ich muss wo kommt der denn auf einmal her easy club ich glaube der hatte aber nur zwei schild also deswegen ja kann so aufnehmen martin nicht das gegner kommen ich weiß ich wollte nur gucken aber man hört die steps gar nicht mehr richtig von den gegnern oder hast du ihn gerade gehört nein ich hatte ihn gar nicht gehört vielleicht nur weil ich mein spiel leise gemacht haben ob wir den sohn kommt ja egal wir sind aber ein save zone habe ich gekauft und du kannst easy fliegen zum zone das auto das auto da oben ich bleibe jetzt so lange in der luft du spaß die sich wiederbeleben egal hier ist auto wo das grafisch sie einfach so viel geil aus aber ich komme ich komme mit dir ich komme mit ihren auto ich bin zu dir wo bist du ich sehe ich nicht in luft ich bin über dir genau über dein auto mach doch sein allerdings ach so egal es gibt jetzt auch ein third person ja ja geil ich hab die og modern warfare so seit ab und da wie auch so jemand benutzt auto wo guck mal er fährt uns erfährt hier hin glaube ich nein er fährt andersrum ey guck mal her scheiße ich dachte ich kann doch hoch egal ich geh mal wenn wir noch eine munitionskiste bekommen dann haben wir noch mal ein airstrike digga poste genau der ist irgendwo hier unten du musst ihn mal schieben der mensch das macht ja wie kann ich trauen gehen junge auf dem boden egal aber ich habe in der bild gehen also ein schild weg ich habe ein schild weg gemacht ne ja 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 jungen was er ist auf dem auto gegangen er ist auf dem auto gegangen vorsicht das ist das er fliegt glaube ich gut schießt mal nicht scheiß egal ist unser erster Runde immer wir wollen ja nur testen alles aber nix ich hab mir noch mehr damage gegeben es sind so viele Sachen hier jungen m4 ich bin weg direkt glaube ich hab ihn hab ihn ich hab mir so viel damage mit dieser waffe gegeben ich auch ich hab mir beide schild weg genommen warum sehen die steine manche steine so komisch aus die laden manche nicht sollen wir Auto nehmen was für uns den Gegner wo da da ich hab keine solche ich gehe nach unten nein soll mich hier hoch bleiben hat schickt ich kann nicht mal einmal überschneiden was hat was hat was hat was hat was hat da und das neuer das neuer 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 aber ich habe so viel damit gegeben ne ich habe so viel damage gegeben ich habe so viel damage gegeben ich habe so viel damage bekommen da da war das irgendwo sniper ich glaube das ist er ist komplett er ist komplett er ist komplett schick er hätte spaß hier das schneit zweiter müssen wir müssen so wir müssen so die 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 kommst du uns gleich doch die ross schild ich habe schon schild ich habe sehr viel ich habe mit mir kommen ich habe fünf mit mir nicht mit dem jungen ich werde angeschossen von wo er hat einen hit bekommen ich habe das ich habe ich habe die die machen der ich muss genau wenn ich nachladen will ne ja egal 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 erste Runde ist egal junge ähm muss so ganz los das mal irgendwo anders zu landen weißt du was ihr flugzeug hatte ich früher genau als spielzeug in abu dhabi das mal er war ich markiert da unten genau unter uns oder jungen egal gas man hier ist ein squad ich klatsch die jungen warte für mich man nein ich wollte was gestorben ich dachte ich bin gerade gestorben ich bin tot ich bin hier warte digger kill ihn kill ihn wo er ist dahinten oder hol mich wieder nur wie langsam er versteckt sich dahinten wo da er ist tot er ist tot ok team wipe ok wir haben die geklatscht ne das war gar nicht eigentlich gar nicht so klatsch aber ich weiß nur dieser waffen dieser waffe ist so stark also das ihm ja schon chill back gegeben deswegen oh sein rucksack ja ich habe ich habe komplett gecrankt nice brauchst du Schild na ich habe genug ok warte 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 komm mal mit die sind raus die sind da 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 drinnen er ist down er ist tot er ist tot er ist tot da ist noch anders ich weiß das pushen ist eigentlich alleine ne ja ja ok komm die sind zurzeit hä ich bin schon auf ihn gesprungen jungen warte kurz er ist tot er ist tot warte er ist tot ich habe Grenades jungen hä wie kann ich Grenades benutzen wie kann ich Grenades benutzen ja er ist tot die sind beide tot digger jungen jungen aber ich habe ihn nicht gesehen ich habe ihn nicht gesehen seit wann es kugernäte ich dachte ich dachte es wäre stim äh andere jungen ich habe ihn nicht mal gesehen auf einmal kam von der Tür raus und dann die Treppen runter auf einmal sein mate kommt ich bin so unten gesprungen ne dann auf ich habe einfach auf die geschossen jungen g war eigentlich immer Granaten und jungen vor mir genau drinnen genau drinnen ich habe die gar nicht gehört jungen du hast was du sagst kommst du mir zu viel damage äh zu viel damage töte dich zuerst heal mich noch nicht ich dachte die war noch drinnen junge pass auf nicht dass die kommen 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 jungen ich muss kurz Schild Schild komm du hast zu dir komm du hast zu dir er hat keine Wut umsohn warte 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 ja ich habe ihn ich habe ihn war er alleine ja war er nein sein mate ist noch da sein mate ist noch da oder ich komme gleich zu dir dein tot du bist tot ja ich bin Gulab wer hat dich getötet dein mate nein ich bin schon dein mate diesen weiter tot diesen weiter tot jungen das war so gut ich habe ihn jungen ich habe ihn getötet was was ist nun Digga ich habe noch nie so ich habe ich habe ich habe die Beine getötet und Gula ich habe ich habe keine Wissler ich habe kein Jürgen ich hatte ich wiederholen und Kaufstation dahinten ich habe die Gegner zuerst zuerst muss ich dich wiederbeleben ich habe meine Kasse Waffen zu die sind hier die okay gut jemand hat hier ähm jetzt der Ashtag gemacht da vorne da vorne da vorne wo er ist tot er ist tot weil ich müsste kurz er würde was level 7 bei THQ weil sein mate ist irgendwo noch da ne level 7 deine THQ ja was lass da hin lass da hin lass da hin lass da hin du hast dann so einen du hast dann so einen jungen du bist genau die fresse warte warte ich sehe Gänger warte wo wo markiert jungen ich er ist tot Headshot digga jungen du musst mir sagen da oben irgendwo ein gebäude ja markier du da ich wollte gerade markieren mein gott dig was Juhu, das ist so laut. Ich hab ihn getötet kurz. Ich hab ihn getötet. Was? Was? Warum schießt der von vorne da? Achso, da war der Raid und dann so. Warum waren da drei Leute irgendwie? Egal, egal. Junge, da waren drei Leute. Warum hör ich mich selber? Ich glaube, ich höre jetzt auf, Videos zu machen. Und ich stopp hier. Ciao.